Hallo, ich bin Julia und 14 Jahre alt, genau wie meine beste Freundin Amelie. Wir gehen in dieselbe Klasse und verbringen seit der ersten Klasse auch den größten Teil unserer Freizeit miteinander. Das wurde schwierig, als ich vor einigen Monaten meinen ersten Freund kennenlernte. Lukas und ich verbrachten natürlich viel Zeit miteinander. Dadurch hatte ich nicht mehr ganz so viel Zeit für meine beste Freundin. Das machte Amelie traurig. Außerdem glaubte Amelie, es würde sich ohnehin kein Junge für sie interessieren. Ich mag Amelie, sie ist fast wie eine Schwester für mich und ich wollte nicht, dass sie sich so fühlt. Sie wurde sogar noch schüchterner, seit ich mit Lukas zusammen war. Wenn ich etwas mit beiden zusammen unternehmen wollte, war das zu Anfang ziemlich verkrampft, weil Amelie kaum sprach und sich nicht wohlfühlte. So hatten wir alle keinen Spaß. Als meine große Schwester Leonie in ihren Semesterferien zu Hause war, erzählte ich ihr, wie es Amelie ging und wie hin und her gerissen ich oft war. Ich wollte mich oft mit Lukas treffen, aber meine Freundschaft zu Amelie war mir auch wichtig. Leonie verstand mich und sagte, es wäre vermutlich das Beste, wenn Amelie auch bald jemanden kennenlernen würde. Das würde ihr auch die Schüchternheit etwas nehmen und ihr Selbstbewusstsein stärken, sagte sie. Und auf keinen Fall darfst du wegen einem Jungen deine Freundin hängen lassen. Das hatte ich auch nicht vor. Eines Abends, als ich allein zu Hause war und auf dem Tablet in Snapchat surfte, hatte ich eine Idee. Ich wollte Amelie etwas mehr Selbstbewusstsein geben und ihr Bilder schicken, natürlich vom Account eines netten Jungen aus. Ich erfand Ben. Nach einiger Suche fand ich auch heraus, wie ich einen zweiten Social Media Account anlegen konnte. Dann suchte ich mir in den Tiefen des Internets die Bilder eines sportlichen Jungen aus Australien heraus. Ich benutzte unser Ferienhandy, um den neuen Account als Ben zu verifizieren. Kurz darauf war Ben online. Ich hatte eine Menge Screenshots im Netzwerk des australischen Jungen gemacht, die ich nach und nach an Amelie schicken wollte. Sie sollte sich durch sein Interesse geschmeichelt und einfach besser fühlen. Das war zumindest meine Idee. An diesem Abend begann ich als Ben, Amelie anzuschreiben. Ben, der für lange Zeit in Australien sein würde, weil seine Mutter dort beruflich zu tun hat. Damit war er in sicherer Entfernung von Amelie. Wenn dieser kleine Flirt seinen Zweck erfüllt hätte, wollte ich das einfach auslaufen lassen. Das würde sich schon ergeben, dachte ich. Nachdem ich Amelie drei Tage lang Nachrichten und Bilder von Ben geschickt hatte, erzählte sie es mir. Sie war von Anfang an verliebt. Das war viel mehr, als ich mir vorgestellt hatte. Ich bekam zwar ein etwas schlechtes Gefühl, aber gleichzeitig konnte ich zusehen, wie gut es Amelie auf einmal ging. Es war, als hätte jemand ein Licht in ihrem Inneren angezündet. Sie versprühte gute Laune und war jedem und allem gegenüber locker und entspannt wie noch nie. Lukas fand die Verwandlung seltsam, aber freute sich über die deutlich entspannteren Zusammentreffen. Auch meine Mutter meinte, dass Amelie nun ein absolut niedlicher Teenager geworden sei. Ich war erst mal nur happy. Alles lief gut und Amelie und ich hatten eine tolle Zeit. Sie zeigte mir die Bilder von Ben und sprach mit mir darüber, wie einfühlsam er sei und wie gut er zu ihr passe. Sie fragte mich, ob ich glaube, er hätte sich auch in sie verliebt und ich sagte natürlich ja. Endlich konnte ich ihr auch mehr über Lukas erzählen. Sie fing oft selbst an, über die Jungs zu sprechen, womit sie ihren Ben und meinen Lukas meinte. Ab und zu fühlte ich mich ein bisschen schlecht, weil sie so in love war. Kein Wunder, ich wusste ja genau, was sie sich wünschte und was ihr gut oder weniger gut gefiel. Tatsächlich fingen andere Jungs an, sich für Amelie zu interessieren. Sie war jetzt viel lockerer und sogar witzig. Ben hatte ihr vor kurzem gesagt, dass er die Memes mag, die sie ihm schicke. Als sie mir davon erzählte, sagte ich ihr, dass ich ihren Humor auch mag. Das hatte offenbar gewirkt. Ich dachte, so langsam könnte ich Ben verschwinden lassen. Als er sich mal einen Tag nicht bei Amelie meldete, war sie sehr bedrückt. Also schickte ich ihr am nächsten Tag wieder eine Nachricht von Ben. Wir unternahmen immer häufiger was zu dritt, weil sich Amelie und Lukas immer besser verstanden. Ich erzählte Lukas von meinem Geheimnis. Er fand das sehr schräg und sagte, ich solle so schnell wie möglich damit aufhören. Er hatte ja recht. Also ließ ich Ben unsympathischer werden. Langweilige Fotos und Angebereien, die von zu viel Alkohol und Partys handelten. Schon kurz darauf erzählte sie mir, wie glücklich ich über Lukas sein sollte und wie seltsam Ben sich verhielt. Dann kam der Schock. Ich las eines Abends, dass Amelie Ben besuchen wollte. Sie hatte mit ihren Eltern gesprochen und die hatten zugestimmt, in Australien Urlaub zu machen, weil sie ohnehin schon immer einmal dorthin reisen wollten. Am nächsten Morgen erzählte sie mir davon in der Schule. Gleichzeitig wurde Lukas von Tag zu Tag ärgerlicher mit mir, weil er es unmöglich fand, dass ich meine beste Freundin so belog. Das stand mehr und mehr zwischen uns. Was sollte ich nur tun? Kurz darauf war ich mit Lukas und Amelie beim Geburtstag von Lena und Leo, Zwillinge aus unserer Klasse. Wir machten nach einem Partyspiel eine Pause unter einem Baum. Amelie schwärmte Lukas von ihrem Urlaub in Australien vor. Ihre Eltern wollten alles nächste Woche buchen und in sechs Wochen sollte es losgehen. Lukas' Gesichtsausdruck wurde immer düsterer. Dann schaute er mich an und sagte dabei zu Amelie, Julia muss dir etwas sagen. Ich stotterte und wusste nicht, was ich jetzt sagen sollte. Das machte Lukas noch ärgerlicher. Er sprang auf und sagte, dass ich feige wäre und völlig falsch liege, wenn ich denke, dass Amelie das nötig hätte. Er wolle damit und mit mir nichts mehr zu tun haben. Weg war er. Amelie funkelte mich zornig an und sagte nur, Was? Los, sag es mir und zwar jetzt! Stotternd gestand ich ihr, dass ich Ben gespielt hatte. Sie behielt den wütenden Ausdruck, wurde tiefrot, bekam Tränen in den Augen und lief ebenfalls eilig weg. Mein Halt! Warte! hielt sie keinen Moment lang auf. Ich war wie gelähmt. Innerhalb von Minuten hatte ich offenbar meine beste Freundin und meinen Freund verloren. Wenn mich jemand von den anderen ansprach, sagte ich, sie sollten mich in Ruhe lassen. Ich war sehr traurig und schämte mich sehr. Wie sollte ich am nächsten Tag zur Schule gehen? Zu Hause löschte ich den Account von Ben und schickte Amelie eine Nachricht, dass ich mich entschuldigen wolle. Doch sie hatte mich offenbar blockiert. Dann schrieb ich Lukas, dass mir alles sehr leid täte und ob wir morgen darüber sprechen könnten. Er schrieb nur zurück, dass es dafür zu spät sei. Ich weinte und konnte nicht schlafen. Meine Eltern kamen glücklicherweise an diesem Abend sehr spät nach Hause. Nach und nach wurde mir klar, wie egoistisch und überheblich meine ganze Aktion mit Ben war. Ich hatte mir eingeredet, dass ich es für Amelie tat. Aber damit hatte ich mich selbst belogen. Ich fürchtete mich sehr davor, ihr und Lukas am nächsten Morgen in der Schule zu begegnen. Es war genauso schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Oder noch schlimmer. Lukas sprach gerade auf dem Schulhof mit Amelie. Als ich auf die beiden zugehe, drehten sie sich weg. Andere aus meiner Klasse sahen mich seltsam an. Im Klassenzimmer setzte sich Amelie nach hinten zu Lena, die an dem Morgen ohne Leon zur Schule gekommen war. Ich bekam den ganzen Vormittag praktisch nicht zum Unterricht mit. Als der Unterricht zu Ende war, lief ich Amelie auf dem Heimweg nach und holte sie auch ein. Ich bat sie um Entschuldigung und erzählte ihr, wie mir in der vergangenen Nacht klar wurde, wie egoistisch, dumm und überheblich die ganze Aktion war. Dann sagte ich ihr, wie leid mir alles tat. Und dass ich nicht wollte, dass unsere lange Freundschaft an meinem Fehler scheiterte. Was kann ich tun? Fragte ich sie. Sie zuckte mit den Schultern und meinte nur, sie fühle sich mies und wisse nicht, wann das besser werden würde. Lass mich einfach erstmal in Ruhe, sagte sie. Was könnte ich anderes machen? Also ging ich nach Hause und wartete die nächsten Tage darauf, dass sie wieder mit mir sprach. Es dauerte Wochen, bis es wieder wirklich in Ordnung war. Aber unsere Freundschaft hat es überstanden. Anders als meine Beziehung mit Lukas. Die war einfach vorbei. Er konnte und wollte das nicht ändern, wie er sagte. Er ist aber ein guter Freund von Amelie, was nicht immer leicht für mich ist. Aber daran bin ich selbst schuld.